Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Von der Charité. Man hat sich entschlossen, hierher uns... Wir haben uns schon vorgestellt. Warte! Hast du das Geld bekommen? Du musst das Wasser dicht einpacken. Übers Wasser? Wann? Bald. Sehr bald. Sie sollten sich nicht so separieren. Kleiner Ausflug gemacht? Kommen Sie bitte? Was machen Sie eigentlich hier in der Provinz? Aufpassen, dass sich niemand separiert. Mir gefällt es hier. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich kann es nicht erklären. Aber lass mich nicht allein. Geh nicht weg. Wie spät ist es? Sollen Sie mich überzeugen? Wovon? Den Ausreiseantrag zurückzuziehen. Wovon? 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020